Viele Leute fragen sich, warum ist das komische Teil da in der Mitte ein so genanntes Tragejoch und wie das funktioniert und wie man es gebraucht, das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Man legt sich das auf die Schulter, greift dann auf den Vordersitz und so kann man das Boot dann ganz einfach balancieren. Und auf geht's zum Bach. Okay, Bootswagen. Stabil, ungefähr unter dem Vorderen Sitzburt drüber. Den Hurt dann kurz festschnallen. Der Hurt, włoshen tun. Und an der Vorderen Sitzburt drüber ist es, ein sehr funeriger.